Willkommen zu unserem Podcast Das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful World Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100 Prozent bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, Irrlehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. In Deutschland wird die sogenannte freiheitlich-demokratische Grundordnung sehr hoch gehalten, schon fast als heilig angesehen, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, und niemand darf etwas dagegen sagen, so ungefähr. Aber lass mich dir in dieser Folge eindeutig sagen, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung eine dumme Idee ist und dass die Demokratie ganz einfach nicht biblisch ist. Demokratie ist kein biblisches System. Das Problem an der Demokratie ist, dass eben das Volk das Sagen bekommt, dass jeder eine Stimme bekommt, dass jeder in der Politik seinen Senf dazugeben kann, jeder darf in der Politik was entscheiden. Das ist das Problem. Das Volk sollte nicht das Sagen haben. Das ist komplett unbiblich. Die Bibel sagt in Matthäus 7, Vers 13 bis 14, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Wenige Menschen kommen in den Himmel, wenige Menschen glauben an Jesus Christus. Die meisten Menschen gehen leider verloren. Die meisten Menschen sind ungläubig. Und was hat es jetzt aber mit der Demokratie zu tun? Wenn die Mehrheit das Sagen hat, dann haben Ungläubige das Sagen. Dann haben Menschen das Sagen, die letzten Endes zur Hölle fahren. In 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 10 heißt es, und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Also warum gehen sie verloren? Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Das heißt, jemand, der nicht an Jesus Christus glaubt, hat die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen. Er liebt die Wahrheit nicht, sonst würde er an Jesus glauben. Sonst würde er nicht verloren gehen. Das heißt, wenn die Mehrheit das Sagen hat, und wenn die Mehrheit eben Ungläubige sind, wenn die Mehrheit zur Hölle fährt, was wir wissen aus Matthäus 7, dann bedeutet das, dass eben Menschen das Sagen haben, die nicht an der Wahrheit interessiert sind, die nicht die Liebe zur Wahrheit angenommen haben. Dann haben Menschen das Sagen, die lieber an Lügen glauben. Die die Wahrheit ablehnen, sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen. Und sie glauben lieber an Lügen. Ein demokratischer Staat basiert somit nicht auf der Wahrheit, sondern auf Lügen. Ein demokratischer Staat baut auf Lügen, nicht auf die Wahrheit. Ist das eine gute Idee? Die Mehrheit entscheiden zu lassen? Die Mehrheit, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen hat? Die Mehrheit, die Lügen liebt? Das ist eine dumme Idee. Demokratie ist ein dummes System. In einer Demokratie haben Menschen das Sagen, die nicht an der Wahrheit interessiert sind. Jemand, der nicht an der Wahrheit interessiert ist, sollte nicht das Sagen haben. Ganz einfach. Aber dagegen die biblische Regierung besteht aus Männern, die eben Männer von Wahrheit sind. Männer, die Gott fürchten. In 2. Mose Kapitel 18 lesen wir von Moses Schwiegervater Jethro, der Moses Ratschläge gibt, welche Männer er einsetzen sollte, die ihn dabei unterstützen, das Volk zu richten in den kleinen Angelegenheiten, damit sich Moses nicht um alles alleine kümmern muss. Und die Bibel sagt in Vers 21, sieh dich aber unter dem ganzen Volk nach züchtigen Männern um, die Gott fürchten. Männer der Wahrheit, die dem ungerechten Gewinn feind sind, die setze über sie als Oberste, über 1000, über 100, über 50 und über 10, damit sie dem Volk alle Zeit recht sprechen. Also welchen Männer soll Moses einsetzen? Sind das einfach x-beliebige aus dem Volk oder soll einfach das ganze Volk das Sagen haben? Nein, sondern es sollen tüchtige Männer sein, die Gott fürchten. Männer der Wahrheit, die dem ungerechten Gewinn feind sind. Eine biblische Regierung besteht aus Männern, die tüchtig sind, die fähig sind zu leiten. Das sind nicht alle Männer. Eine biblische Regierung besteht aus Männern, die Gott fürchten. Wieder, die meisten Menschen glauben nicht an Gott, die meisten Menschen gehen verloren. Die meisten Menschen fürchten Gott nicht. Demokratie ist eine demokratische Regierung, ist eine Regierung von dummen Menschen. Und warum sage ich jetzt sowas? Die Bibel sagt, dass die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist. Wenn du Gott nicht fürchtest, dann hast du noch nicht mal angefangen, weise zu werden. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Aber die meisten Menschen fürchten nicht Gott. Die meisten Menschen sind nicht weise. Und wenn man nicht weise ist, was ist man dann? Dann ist man dumm. Tüchtige Männer, die Gott fürchten. Männer der Wahrheit. Wieder, die meisten Menschen sind nicht an der Wahrheit interessiert. Die meisten Menschen glauben lieber an Lügen. Aber wer soll wirklich das Sagen haben in einem Staat laut der Bibel? Männer der Wahrheit. Männer, die Gott fürchten, die wirklich die Wahrheit durchsetzen wollen, die sich nicht daran orientieren, was das Volk gerade will, sondern was die Wahrheit sagt, was Gottes Wort sagt. Das heißt, wenn das Volk eine Sache will, die aber gegen Gottes Wort ist, gegen die Wahrheit ist, dann sollte die Regierung eben nicht das Volk fürchten, sondern Gott fürchten und die richtige Entscheidung für das Volk treffen. Auch wenn es eben nicht die populäre Entscheidung ist, aber es muss eben die Entscheidung sein, die Gottes Wort anspricht. Die dem ungerechten Gewinn feind sind. Wie viele Politiker sind korrupt? Lassen sich Schmiergelder geben? Machen korrupte Geschäfte? Das sind nicht die Leute, die das Sagen haben sollen in meinem Staat, sondern Männer, die dem ungerechten Gewinn feind sind. Die Habsucht hassen. Die Bibel sagt im Prediger Kapitel 10 Vers 5, es gibt ein Übel, das ich unter der Sonne sah, es gleicht einem Missgriff, der von einem Machthaber begangen wurde. Die Torheit wird auf große Höhen gestellt und Reiche müssen unten sitzen. Ich sah Knechte auf Pferden und Fürsten gingen wie Knechte zu Fuß. Die Torheit wird auf große Höhen gestellt. Die Torheit wird erhoben, Dummheit wird erhoben, wird geehrt. Das ist die Situation in Deutschland. Wenn das Volk das Sagen hat, wenn einfach jeder seinen Selbst dazugeben darf, jeder was entscheiden darf, dann wird die Dummheit auf große Höhen gestellt, dann wird Dummheit geehrt. Weil die meisten Menschen eben nicht Gott fürchten, nicht an der Wahrheit interessiert sind. Demokratie ist ein dummes System. Ist es wirklich gut für das Volk, wenn das Volk selbst entscheidet? Wir sehen zum Beispiel, als Moses auf den Berg Sinai ging, um die 10 Gebote zu empfangen. Da hatte stellvertretend Aaron das Sagen. Aber Aaron war ein schwacher Leiter. Er hat nicht Gott gefürchtet. Er hat mehr das Volk gefürchtet und hat getan, was das Volk ihm gesagt hat. Und hat ihnen ein goldenes Kalb gemacht, das sie angebetet haben. Also dadurch, dass das Volk letzten Endes selbst entschieden hat, was es machen will, ist es bergab gegangen mit dem Volk. Sie haben Götzendienst begangen. Also ist es wirklich eine gute Idee, das Volk entscheiden zu lassen? Nein, sondern es ist im Interesse des Volkes letzten Endes, wenn Männer entscheiden, die Gott fürchten, weil dann die richtigen Entscheidungen getroffen werden.